...und Respekt und Anerkennung verdienen. Ladies first. Sie ist elf Jahre alt und behauptet sich innerhalb einer jungen Mannschaft. Als Vorbild für so manchen männlichen Mitspieler ist sie anerkannt, hat ein großes Durchsetzungsvermögen und liebt Fußball über alles. Während gleichstandere Gewinnspielerinnen 20 Punkte ihr Eier nennen können, nennt sie unverblüht 20 Fußbillige Eier. Sie spielt mittlerweile in zwei Vereinen, als einziges Mädchen in der D-Jugendmannschaft des TUS-Alberg und in der U13-Mannschaft der TSG Hoffenheim. Ihr Talent als offensivstarke Verteidigerin hat sich auch in der pfälsischen Fußballseele herumgesprochen und so nimmt sie regelmäßig am DFB-Stiftpunktentraining teil und spielte bereits mehrere Wahlen erfolgreich bei der U13-Siegwestauswahl mit. Die Ex-Bundestrainerin Cynthia Knight hat ja nach einem Sichtspiel einen großen...